Neue Shotgun ist auch jetzt okay, müssen wir mal gucken. Die habe ich noch gar nicht frei. Es gibt doch so eine neue Camo, ne? Die ja alle jetzt streamen, habe ich auf Twitter gesehen. Die so ganz, ganz krass aussehen. Die gibt es irgendwie ein Zombie. Hat jemand von euch die? Was muss man dafür machen? Ja, habe ich gestern noch Aiding gemacht. Oh, wir hatten schon noch ein bisschen gemacht. Ich weiß gar nicht mehr. Wie lange war ich gestern live? So zwei Uhr oder so? Halb zwei? Zwei? Alter, wie schnell ist der gelandet? Hört sich das so weird an, Alter. So wie es ist. Okay, egal. Egal, wir sind wieder zurück. Erste Runde seit neun Tagen. Ne, dann seit zehn Tagen eigentlich schnell. Mal sagen, wenn er hier rauskommt, wenn er mich jetzt hier killt, ist er der beste Spieler aller Zeiten. Aber ist er nicht. Zombie muss ich Aufgaben machen. Aber wie schwer sind diese Aufgaben als Zombie? Und kann man das in einer Runde machen? Muss man da so mehrere Runden reingehen? Wie findet er eigentlich meinen coolen Fallout-Skin? Eine Ausrüstungslieferung nähert sich. Voll. Ja. Das wollte ich auf jeden Fall nicht machen. Was hab ich hier eigentlich für ne Chemo drauf? Ah, die. Geschmolzenes Obsidian. Einer ist da ja von da ganz hinten auf mich. Lass mal gut sein. Habe ich das vermisst, ne? Das geht in einer Runde. Okay. Natürlich. No Competition. Danke für die 28 Monate mit Prime. Vielen Dank, mein Freund. Was geht? Thank you very much. Muss das jetzt echt sein, dass ich nach 10 Tagen, dass mein erster Tod... So einer ist. Wow, bist du so gut. Hä? What the fuck? Das ist ein Karmazin-Spieler. Digga, wie ist der Typ Karmazin gewesen? Der hat nicht einen Schuss gerade auf mich getroffen, hä? Hustet Karmazin, sage ich. Bitte mich nicht snipen. Bitte nicht mich snipen. Oh mein Gott. Ich habe keinen Shooter mit RPG. Laut Videos nicht ohne. Okay, okay. Okay, okay. Müssen wir uns mal angucken. Die Tage, wenn wir jetzt wieder Zeit haben. Was wurde denn an der MTZ verändert? Also Recoil ist ja safe noch gleich, oder? Die hatte ja immer schon viel Recoil. Macht die jetzt mehr Damage, oder was? Der Bündnis-Spiel ist unterwegs. Ich sage es ja immer wieder, ne? Sliden in dem Spiel hier. Wenn man eine Treppe irgendwo runterrutscht, die Gegner haben Bletchit keine Chance. Man ist so schnell, vor allem mit dieser Soperi. Das ist wirklich krass. Bitte Aufklärungsüberflug. Die anderen sind oben. Let's go up. Mach ich Frühstücksfernsehen. Wir haben heute die Elfmeter-Challenge. Und ich dachte, wir machen die etwas früher, weil heute Abend Deutschlands-Spiel ist und sowas halt, ne? Hätte ich jetzt gesagt. War das kein guter Gedanke von mir, Chat? Doch, doch, doch. War ein guter Gedanke, oder? Also, darum ging es mir. Der, wie lange mein weißes Leben braucht, ne? Das ist krass. Kämmt der jetzt hier drinnen? Das hört sich irgendwie so an. Niemals. Mir ist so gar nicht mal schlecht. Wow. Der eklige Alter. Alles klar, Ned. Viel Spaß, mein Freund. Warst du den anderen eine Chance? Was tippen wir heute Abend, Chat? Für das Deutschlands-Spiel? Das safe für Sniper, ne? Ja, das war so klar. 7-1, 2-0, 3-1. Ey, Jimmy, du hast einfach mir gestern zugehört. Kann das sein? Kann immer noch One-Shot eigentlich. Im Kopf. Ist die K noch One-Shot im Kopf? Ja, ne? Schäpper bei Yusuf. Also, warte mal. Nur mal ganz kurz, Chat, ja? Kurz einmal bestätigen, bitte. Die haben ja die Waffen gepatcht. Am Mittwoch, richtig? Da wurde die K und so schlechter gemacht. Und die haben die Dings nicht gepatcht. Alter, wurde der gerade gesnipet. Kann ich da eigentlich gerade nicht aufstehen? Und die haben die Superi nicht gepatcht. Ich wiederhole nochmal. Also, K wurde schlechter gemacht. Und andere Waffen. Und diese Superi wird einfach gar nichts dran geändert. Also. Superi ist einfach genauso immer noch, ja? Das ist wirklich crazy. Wie lebe ich eigentlich, ne? Keiner weiß. Das ist wirklich verrückt. Weil ich euch so wie es wüsste. Aha, Zug. Lucky für ihn, dass ich nicht nachgeladen habe. Superi ist doch immer noch so eine Waffe. Wenn du sie selber nicht spielst, hast du eigentlich keine Chance dagegen. Richtig? Also, der Typ da hat wahrscheinlich auf seinem Bildschirm gerade echt ganz gut getroffen. Aber er hat letzt... Oh mein Gott. Kleine Shot. Auch mal selber ein Kompliment machen, wenn es der Chat nicht macht. Kapi? Ähm. Man kann letztendlich nichts gegen die Waffe machen, weil sie so stark ist. Nennen wir das Kind beim Namen. Man kann nichts gegen diese Waffe tun. Er ist hinter mir, ne? Ach, ticker. War ja unten? Im Raum? Ach, wie höre ich das denn schon wieder? Neeeet. Ich dachte... Ich habe schon irgendwas gehört, aber ich dachte, dass der neben mir ist. Vorsicht! Wieder Auferstehung wird beendet. Wir stecken dich zurück an die Front. Okay, dann geben wir mal einen Loadout, würde ich sagen. Okay. Wo ist der hingesprungen? Der hat mich gerade gekillt. Er hat sogar meine Waffen. Oh ne, hat der nicht. Andere Chemo drauf. Die Chemo hatte ich immer davor. Diese Rainbow, Regenbogen, Strahlen-Camo, was auch immer. Okay. Wie ist der Typ nicht tot? Jetzt ist er was. Komm raus aus dem Wasser. Mein Freund. Hä, das ist niemals der Typ, den ich gesehen hatte davor, oder? Wie ist der da hingekommen? Hä? Niemals. Ne, das ist ein anderer. Das ist niemals der Typ, den ich im Wasser gesehen hatte, oder? Oh, warte mal. Er spielt diese neue Shotgun, ne? Die er meinte. Reclaimer 18. Was ist die? Was? Oh ne. Oh ne. Das war nicht cool. Das ist irgendwie eine andere Waffe. Warum hat er jetzt Perks gehabt eigentlich? Warum hat der Typ jetzt Perks? Kann mir das jemand erklären? Und ich nicht. Okay, wir sind da. Ach, Quatsch, Jimmy. Sieht nur so aus. Der Meat ist auch immer noch so Bastard. Hauptsache die nerven C4, aber kein, äh, der Meat. Komm ich hier hoch? Komm ich hier hoch? Hä? Gerade diese Shotgun, diese OP-Shotgun. Was ist die, ne? Und die ist krass. Okay, ich nehme sie. Ich nehme sie auf, Chat. Ich habe sie. Secured. Und die ist stark. Aber es ist die MCW, die er spielt, ne? Ich dachte, es ist die MTZ. Aber die MCW. Wollen. Okay, es leben noch drei Gegner. Und ich sehe alle auf der UAV. Ja, wie schnell MT rein, bitte. Und die K macht jetzt auch weniger Range-One-Shot, richtig? Sollen wir mit Havertz oder Fülle starten? Ich bin echt kein Freund von Havertz. Also, keine Ahnung. Ich würde mit Fülle, aber mich fragt ja keiner. Ne? Ist krass die Waffe, oder? Die Shotgun. Komplett krass. Kann ich bitte meine Dings mir geben? Geil. Boah, wie brutal der Finisher ist. Der Kopfplatz. Das nennt man dann Sieg. Eine schöne Welcome-Back-Runde, sage ich. Eine schöne Welcome-Back-Runde. Neun Tage nicht gespielt. Und wir sind da. Das war ich Ende September noch Badewetter. Ja, ja. September. Also klar, kommt ein bisschen drauf an. Kannst du schon ein bisschen Pech haben. Also September, auch froh, ist sogar das Meer und so am wärmsten. Weil da hat sich halt alles schön aufgedingst. Und so. Ab Mitte Oktober wird es dann eigentlich kühler. Also September ist eigentlich noch sehr schön, ja. Cyrax. Dankeschön für die 32 Monate mit Prime. Vielen Dank, mein Freund. Don X Toh. Danke noch für den siebten. Ingo. Danke für 37. Shoga. Danke für 6. Und No Competition. Dann hier nochmal für 28. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so ein großer Fan von den Fallout-Skins eigentlich. Weil ich finde, man hätte was.